Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von den Teletubbies. Wir spielen Star Wars The Old Republic. Erstmal die Free2Play-Version bis Level 10, um mal zu gucken, wie es uns so gefällt. Ja, ich Philipp bin dabei mit Moritz. Ja, ihr seht mich hier. Und Jonas. Jo Leute, was geht? Also wir nehmen die ersten 10 Level in drei verschiedenen Sichtweisen auf, weil wir alle andere Charaktere nehmen und deshalb in einem anderen Gebiet starten. Vielleicht spawnen wir ja in gleichem Gebiet. Nee, tun wir nicht. Jeder Scrope ist in einem anderen Gebiet. Ja, ich hab's schon mal ein bisschen angespielt. Wie ihr seht, hab ich hier oben bei Jarcai Sword zwei Charaktere. Deswegen nehmen wir alle den englischen PvP-Server. Tomb of Freedom Net, ne? Tomb of Freedom Net, genau. Dann drücken wir nochmal auf Auswählen. Yeah. Auswählen. Gut, genau. Das Ganze ist, wir haben uns schon aufgeteilt. Ich hab mir schon mal einen Jedi gemacht. Wir nebenbei gehen alle auf die Civ-Seite diesmal. Ja, die beiden wollen unbedingt Jedi spielen. Deswegen muss ich leider einen Cocktailjäger nehmen. Und jetzt kommt ein Video. Viel Spaß. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Warte noch mal. Gutes Video ist, Mann. Welches Video? Du klick erstmal rauf, da kommt ein Video. Ich hab schon raufgeklickt. Ich bin gerade bei meinem Charakter erstellen. Bob, hast du übersprungen? Nein, ich hab's nicht übersprungen. Boah, bei mir geht der Civ grad voll ab. Äh, wollen wir auch. Ist ja scheiße. Ich wette, Jonas hat einfach Videos weggenommen gedrückt. Das macht er immer. Ah, das ist der Kopfgeldjäger? Der sieht aber auch nicht schlecht aus, Zulip. Ja. Aber ich hätte gern ein Sith genommen. Egal. Sieht aus, als wäre es ein Zeichen von Schmerzen. Naja, ich nehm ne Frau. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Wenn die Grafik so geil wär. Die Grafik ist richtig geil, find ich eigentlich. Die ist echt ganz gut, ja. Aber nicht so wie da, glaub ich nicht. So krass, ne ich überhaupt. Ja, auf dem Bildschirm von Jura ist natürlich jetzt grad ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht welche. So, Kopf. Ach guck mal, Battlefield hat fast schon so ne Grafik. Wenn man das mal so sieht. Oh, geil. Wir sind... Boah, bei mir laufen die gerade alle aufeinander. Nein, die haben aus. Alter, fett. Vor allem die Jedi gewinnvoll. Wow, Zeitlupe Kick. Wir müssen ein bisschen hinter mir ein kleines Tick, ne? Echt? Also ich kann ja sagen, bei mir machen sie jetzt einen Flammenwerfer und jetzt schmeißt er gegen eine Säule und jetzt ein Zeitlupe Salto und R2D2 verarsche. Der sieht aus wie Obi-Wan, der mit dem grünen Lichtschwert, aus dem ersten Teil. Oh, stimmt. Oh, wie das aussah, ey. Boom. Alter Jonas, du verpasst echt was. Die Videos sind ganz cool gemacht, muss man sagen. Ja, ihr werdet natürlich alle drei... Boah, wer gewinnt? Ja, okay. Wer wohl. Ihr werdet alle drei Sichtweisen auf unserem Kanal finden. Und sie kommen immer gleichzeitig an uns. Schwarz. Ja, ich werde den Fernkämpfer aus unserem Team darstellen. Die anderen beiden werden Jedi's sein. Einer, Jonas macht den Juggernaut, soweit ich weiß, ne? Mhm. Den Tank von uns. Und was Moos macht, weiß ich noch gar nicht so genau. Ich hab die Klasse vergessen, aber die finde ich bestimmt warte mal. Okay. Der hier war uns. Inquisitor. So, ich hab meinen Charakter schon fertig, spiel ich schon. Vielleicht sollte es schon noch warten, ne? Ja, wir treffen uns ja sowieso erst mit Level 10, von daher. Wie kann ich einfach auf weiter drücken, wenn ich... Ich trink noch mal ein Schlückchen, Leute. Klasse wählen. Also, ich nehme Cyborg, wenn wir schon Kopfgeldjäger sind. Weiblichen? Dann aber ich... Lägt das jetzt nicht vor? Ey, ich kann nur zwischen zwei äh... Ich kenne jetzt auch mal kurz und zwei Leute. Ich glaub das doch ist laut. So. Du auch? Was denn? Ich kann nur zwischen zwei Rassen. Ich spiel sie jetzt aus. Doch. Ich bin zwischen drei. Cyborg, Cyborg und Mensch. Wollst du? Und ich nehme Zarbrag, die sie ausgedacht. Boah. Oh geil. Natürlich... Nein, nein, nein. Ich wollte männlich nehmen. Zurück. Ich nehme doch den Mensch. Wenn schon... Kopfgeldjäger dann auch nötiger. So. So. Normalerweise guck ich mir niemals sowas an. Ich überspiele einfach alles. Und wir freuen wollen jetzt, dass sich Story mit erlegt. Äh... Ist das einer von euch schon weiblich? Ja. So. Ihr könnt euch das alles durchlesen. Ich lese das jetzt nicht vor. Sonst... Klämierst du dich mit, ne? Mhm. Mhm. Boah. Haha. So. Ne klasse ist ne... Alle kacke aus. Sichthaft. Ich hab so nen wunderschönen Bart am Anfang. hoee. Alter wie krass. Alter, wieso du überdreht er so mies? Ich spiele dazwischen differentiate mir mein Handy... ja nein, im WhatsApp schreiben, das ist wichtig soziale Kreativjäger mit einer Narbe, weiß nicht ja, die sieht auch mächtig aus tchö boah, geile Augen, ey tätowierung? huuhu das hier ist doch eindeutig die Dove Mord-Tätowierung, oder? oder das, oder das, oder das oder das wer Tätow, das hat's einen wunderschönen Badmatt Nein, du Scheiße, ist das so laut! Vielleicht solltest du das mal leiser machen dann. Das hilft oft, so! Ja, mein Herz ist so laut. Mein EC-Sound ist auf 50%. Leertaste, um zuvor zu fahren. Nein, der sieht echt scheiße aus. Aber naja, egal. Ja, ich kenne die Hautfrau. Der sieht aus wie ZOMBOY! Oh! Das ist so ein Typ, der ganzes Gesicht der ganzen Körper tatsächlich hat Okay, Zombie halt. Der ist ZOMBOY. Der ist modelmäßig. Total komisch. Ich muss den Spieß sein. Ein gütiger Name. Alter, man darf keine... Verdammt! Das tut mir jetzt leid, ich wollte einfach nur... Ich wollte einfach mal einen ganz normalen... Die Lautstärke runterstellen ein bisschen. So, ich lade jetzt. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft, also... Entschuldigt mir ein paar Schnüff... Schnüff... Ah, da kommt... Das hier kommt... Das ist ein Video. Das war einmal vor langer Zeit. In einer weit, weit entfernten Galaxie Star Wars. Ja, ich habe das nicht vorgelesen. Das ist ein bisschen länger. Boah. Bei mir kommt noch keine Schrift aus Star Wars. Aber ich finde, die gehen richtig beschissen. Da muss man drauf achten. Die Dunkelseite wird immer stärker. Ja, das Sith Imperium hat eine Bedeutung... Deswegen... Ja, okay, ich lese nicht vor. Gut. Scheiße. Das ist auch gerade ein bisschen lauter, also ich mache das gleich leiser. Keine Angst. Da siehst du ja endlich. Sehr gut. Wie heißt die so? Es gibt viel zu tun und die Zeit läuft uns davon. Ich bin Aufseher Trämel. Seit Jahrzehnten beaufsichtige ich nun schon die Prüfungen, um festzustellen, wer des Sith ordens würdig ist und wer nicht. Die Prüfungen sortieren die Schwachen aus. Wer sich den Prüfungen stellt, kann entweder überleben und zum Sith werden oder sterben. Was? Ich bin zu Sith bestimmt. Deine Bestimmung hat dich sicher nicht so weit gebraucht. Halt die Fresse, ey. Du bist nur meinetwegen frühzeitig. Ich verlange, dass du mir gehorsam leistest. Du wirst sich den Prüfungen stellen. Das ist immer so aggressiv. Bisschen laut. So, ich hoffe natürlich, wir sterben nicht bei der... Ich bin zu Sith bestimmt. Bei dem Versuch, die dunklen Sith-Künste zu erlernen. Sondern wir meistern sie mit Bravour. Natürlich. Die Prüfungen an sich sind schon schwer genug, aber sie sind dabei... Das Böde ist, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr jetzt Glück schon seit einem gleichen Anfangs gewesen. Hier gibt es einen Akolyten namens Vemrin. Er ist dein Feind. Und er wird versuchen, dich zu töten. Wir müssen dich darauf vorbereiten. Ei, 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 das ist ja schon fett, das Raumschiff. Soll er es ruhig versuchen. Ich werde ihn vernichten. Unter meiner Führung wirst du eines Tages all deine Feinde verletzen. So, jetzt bin ich schon wieder mit dem Ladebildschirm. Nährtaste zum Fortverdrucken. Das ist doch Wunderbärchen. Ja, ja, was ist das denn hier? Ist die Grafikanstellung verfügbar? Nicht nehmen, nicht nehmen, das sind die schlechtesten. Ist irgendein Grund. Nein, das kommt danach, kannst du bessere machen. So. Ist aber egal. Ist das denn, ich kann ja gar nicht alles sehen. Oh, guck mal. Oh, Gott, sch. Du musst schnell und vorsichtig sein. Bei mir läuft noch ein Satz. Die war das Ende. Fehler Akolyten. So. Jetzt gesehen. Ich finde es leider nicht, natürlich. Mein Weg zu Kreuz. Wenn du dich in ihre Köpfe zum Frass vor. Wenn du die Kriegsklinge gefunden hast, solltest du sie noch im Grab mit Blut drin. Nö, die kenne ich schon. Suche mich anschließend in meinen Gemächern in der Akademie auf. Bist du noch im Video, Philipp? Ja, bei mir beginnt sie. Bäm, ich bin fertig. So. So, jetzt reden die bei mir also. Psch. 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 Die sind hier ganz leise. Leise. Fick dich, Moritz. Ich hasse ihn. Ich auch. Jeder mag ihn. Nicht. Ich geh jetzt hier mal so fest auf. Alter, was die da alles schreiben beim Chat. I like Porn. I like your mom. He. Was habt ihr? Zerch. Was habt ihr? Äh. Dann seid ihr wahrscheinlich im gleichen Anfangsgebiet. Dann habt ihr Glück gehabt. Juhu. Fick dich, Philipp. Psch. Psch. Psch, Psch. Seelspych. Psch. 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 Ich hab keinen Plan an ob ich hier richtig bin. Psch. Auf Ember Map, ja. Ja, ich muss hier durch. Ja ich flirte natürlich. Psch. 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 gekehrt da wisst ihr komme ich tue mich mit jemanden zusammen die sind alle zu hoch dann schon voll hier schnätze erstmal ein paar hier Schreib mal was im Chat hier, oder? Schreib mal was im Chat hier, oder? Und jetzt so, du wurdest gewandt! Fuck! Boah, ich bin schon im Stufe 2! So, jetzt bin ich im... Oh, Alter! Könnt ihr kurz mal ein bisschen leise sein, Jungs? Das Video läuft die ganze Zeit. Sowas hab ich dir egal. Kein Ziel. So, erst mal jetzt hier ein bisschen leiser. Danke. Ich hab bei mir auch geredet. Alleine Moritz. Alleine... Das ist wie bei dir immer Guild Wars. Jetzt schreibt einer Rassist und der andere Stop it. Was? Leute. Stop yours my name. Das ist wie bei dir immer... Oh Mann. So... Okay... So, ich kann ja auf dich hier warten. steuerung alter kamera ich bin schon gestorben ich muss ja erst mal wir sind so im korridor Leute es läuft übrigens immer noch das Video ja schön kann man von Ende mal wiederbelebt werden alter wie sie ist die Maus steuerung ja das finde ich so ein bisschen verkriegt die Maus steuerung aber die ist so extrem bei mir eingestellt du gewöhnst dich dran ich habe die auf ein Prozent wie lange dauert denn die Story noch nehmen auf hin zu labern die Karte zeigt mir also beim Weg gut und das wo bist du denn denn hier unten in so ein Grab mäßig das ist wo ganz viele Typen sind ich komme noch mal am Anfang ich bin stufe zwei jetzt entviertelt schon wie lange dauert mein Video so jahrelang hatte die Beleidigung ist mittlerweile voll ne wir sind ähm motherfuckers Beute und Schorilla wir sind zwei so ich bin jetzt weißt du wie sie kriegt denn immer 98 EP oh endlich Jo jetzt können wir auch wieder reden Moritz ich gehe jetzt bist du da bist du da bist du ja ich sehe dich nein dass ihr zusammen seid ich bist ja auch da jetzt nein bin ich nicht weil ihr bei ihr in die Gruppe eingeladen haben wir geil jetzt jetzt müssen wir ja von durchlatschen ja dann auf geht's ne warte hier kann ich was machen mit der muss ich reden oder nein doch jetzt so ein Pfeil auf dem Kopf hier ist auf jeden Fall Fertigkeit sein lassen dass es euch nach macht hier aber ich habe schon meine zweite Fertigkeit jetzt so ein Pfeil auf dem Kopf hier rechtsklick aber du musst erst mal Stufe 2 glaube ich werden kommen wir schnell sind hier ein paar Teile und lasse ich mal allein ich will meine Attacken ankommen okay oh das ist der große Viech ich schnetze die Klarin in das große oh was können das mal gucken Hammer geil ich will auch was ist ne oh was ist das denn das Kopfgeldjägergebiet ist echt das Lava-Gebiet Gier was ist Gier ich glaub das jetzt mal eins oder wenn du Gier machst dann kaufst dir sozusagen mit irgendwelchem Dollargeld nein ich hab's nicht guck mal ob du's hast wie gehe ich Inventar hier ja ich hab da was Fick dich wie kann ich denn mal Player mit Fertigkeit Fertigkeit jetzt hast du den Scheiß so neben dir steht so ein Viech ja ich komme der Steuerung ganz klar wenn ihr mal schnell die Schnellreise aktivieren zack und los geht's was ist hier dann noch irgendwo und wir müssen jetzt ja mal durchlatschen so ich kann jetzt auch endlich mal loslaufen bei mir machen die ganze Zeit gelabert Zama ich will dich mal angucken ich konnte es nicht auswählen so so wo es will jetzt sind keine Schnitte alter wir müssen jetzt ja mal komplett durch die Träger ich finde das echt geil mit der Map wir müssen nicht so 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 wirst du schildert sein wir machen jetzt das ist ein Erkampf mit Attacke so ein bisschen 3 so Klasse Wegbootengänger ich bin schuss für zwei ja komm her warte wie kann ich denn hier jetzt ich kann irgendwie nicht ja ich kann nicht hier ist was aber ich kann es nicht aufnehmen es ist leuchtet dann alles nehmen nicht immer jetzt kommst du erst mal nach vorne ich habe eine quest angenommen jetzt haben wir darum herr warte weiter ich entschuldige mich jetzt schon mal ich bin der Berndung kein Tierkanzler wirst du hier bei dieser tüse kannst du weiter auch ich hätte tun sie nein hier haben muss sowas mit dem grünzeit so fein mit dem grünzeichen sucht die mal hier irgendwo muss sie für dich sein hier vor mir steht so eine frau genau das ist der Wester können die mal aufhören zu labern ich will doch jetzt endlich mal los ausbildung genau das ist das jetzt wird die hier ist das wird mit rechtsklick auf und jetzt machen genau das ist ja meine Herren das hast du in deinem Land gehen könnte kaufen draufklicken rechtsklick glaube ich und linksklick ist egal freundlich ach so nicht genügend credits tja dann müssen wir noch ein paar vier hier her schnitze jetzt komme ich rein geflogen ich hätte die schon vorher tot schießt mich der eine von hinten wo ist mein Geld wo wird das angezeigt doch ich habe drei ich habe sechs so das ist meins aber ich habe mir gerade in sauber gekauft kann ich nicht irgendeine Sachen verkaufen du musst rechtsklick drauf machen dann verkauf nicht die neue Kleidung die du bekommen hast aber wie wo kann ich denn Sachen hier verkaufen bei der Tuse auch ja aber wie die Sachen auf du siehst dann die Sachen so jetzt gehen wir mal hier rein verlangt es euch nach Macht ne geht nicht also ja ist ok ja toll ja dann lass es mal weitermachen oh man aber ich kann ja keine Fischer wieso hast du eigentlich so viel Geld kein Plan das lasst uns lieber weitergehen ich bin mir schon fast Stufe 3 jetzt ich bin glaube ich so viel Stufe 3 okay ich das jetzt recht sehe weißt du durch welche meine ich bin ach da zählte ich halbemann Mann 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 ich brauche Geld aber wir haben ziemlich viele Leute so sind zählte aber ich habe hier doch die Quest ja dann die Kraft in der Woche welche ist das die Knochen an die sind Knochen sehr da dicht oder ja gut den ich mir auch gleich ja den machen wir jetzt zusammen hier und warte hä ich kann nicht bereit was ist das denn für scheiß hallo da annehmen hallo denn noch mehr von diesen blöden Gegnern so da machen wir das so bei uns ach nur die zählen hat da was schoben meine herren so richtig glück habe ich hier aber jetzt habe ich das ausgerüstet Jonas ja 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 aber wie saß du das bekommen fick dich einfach die denn hier so hier nicht mal ein paar rein bei mir sind so viele Mann als Gebiet dass ich hier keine Zeit zum Abknallen mhm aber was grün ist da ist was drin pack auch nichts ich hab nein ja du musst jetzt diese Team ich hab sie im Köln zu bekommen so wirst du denn da oh da ist was grünes keine gegner er ballert er darf mich alter alter sehr viele auch das war ich nicht das war ich nicht das war schon vorher kaputt wollen ich nicht nur die genung und gegner sein ich schaffe artefakte ich muss nur noch artefakte beschaffen bei hinten ist glaube ich ganz schon wieder sieben kurz komm noch nicht das mit dem Gegner äh nicht gern ich bin schon fast halb stufe 3 was ist da los ich hab nicht mal einen Gegner hier die ich abschießen kann von denen ich soll ich schätze ich hätte dir den Arsch ich schätze ich hätte dir den Arsch von hinten schießen drei Themen auf dich oh you're going oh ich bin euch tot ich bin da hätte ich bitte die Kriege mit ich bin ich hab aber vorbeigte es Attacke ist Hass kanalisieren heißt glaube ich auch bei dir das Leben regenerieren so zirn und heißt das ihr seid ja auch unterschiedlich wie die los ja ich hab aber doch hast du schon ein Artefakt bekommen ich bin stückefrei ich hab keinen Plan wo ich die herbekommen meine Herren so ich stimme irgendwo hier ja lassen wir hier weiter gehen unglaublich Glück im Startgebiet hier ein bisschen zu vollwillig die Bründer erwartet ja ja läuft ja nicht so fließen wie es soll ich wusste denn ups drüben hier ist das also bei mir läuft hier und ziemlich schlüssig ich hab schon mal für eine Anruf Klasse dann machen wir die mal komm her ich weiß wo wir langen müssen ok schnell sind aber aber bei uns ist eigentlich auch relativ voll aber wir sind jetzt hm die haben alle nichts mehr drauf wir gehen einfach nur durch wo sind denn die Artefakte jetzt ich weiß wo das die Quest angezeigt ist wo wir hin müssen wo sie auf L kannst du also L da kannst du deine Quest auswählen der Game Punkt Klasse und Klasse ist deine Hauptquest und die andere ist die andere Quest und die geht hier lang hier müssen wir lang wie kann ich mir die angucken also ich bin jetzt auf L jetzt gucke ich das aber wie kann ich sehen wo wir hinten laufen müssen auf der Map siehst du das dann so grüner Tür so mäßig müsste das bei dir jetzt noch sein ja da hier gehst du bei mir zwei Türen grüne ja deswegen musst du einen gelben Punkt hinten weg machen ach so imperialer Erlass ach so da wir müssen das eine tun da das da müssen wir das hier hä? hier ist ähm ok das ist meine Sith Inquisitor Phase ja da kann ich nicht rein ich muss hier rein das ist so aber wir gehen nein warte du bist so ein Idiot komm her ich kann auch wieder rauskommen wir gehen jetzt hier erstmal die Quest machen ich schaffe Artefakte hier geht's dann meine Fresse die labern hier aber auch alle wo ich bin ist unglaublich die müssen alle ihre Lebensgeschichte hier erzählen so nervös oder Spardes äh Spardisch Spardes die Donde Eris schnell sind die jetzt nicht mehr das dort zu lang oder mal gucken was ist das Spiel lange was hier abgeht ohne Witz und das bei mir läuft es ja echt extrem flüssig mittlerweile habe ich sogar 70 was ich hab nur 40 und fallend so naja kurz dann 70 ich wollte eigentlich 45 anstehen das habe ich vergessen lange was hier abgeht die wollen alle diese Artefakte haben ich glaub deswegen wird das auch noch etwas länger dauern aber siehst du wo wir lang jetzt nö ja ja wir müssen jetzt hier glaube ich einmal außen rum gehen und dann gleich links und dann wieder links und dann müssen wir dann irgendwann nochmal nach dem gleichen Weg rechts so wenn die Hauptsache gleich fertig ist mach die beiden anderen bei Skype mal leise weil sonst hört man ja gar nichts was oder scheiß das Spiel einfach lauter bei uns war das Spiel also bei mir und Moritz war das Spiel überlaut was ist was 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 wir haben es verpasst wartet zurück ich habe uns in die Irre geführt warte ich muss gleich stehen bleiben meine Fresse also hier in dem Gebiet labern sie etwas so viel das ist echt nördlich Hauptgeltiger Scheiße bis jetzt aber nur weil die so viel labern ich habe voll gefehlt die sind voll die falschen ich meine ich doch wo sehe ich eigentlich jetzt in der Gruppenanzeige also und so und links da nein ich bin schon fast du für 4 ey was ist los da vorne ist aber ein Typ ok so ich darf flamern danke so jetzt mach ich immer kurz aufnahmestoff und bin gleich wieder da so Alter Moritz die drei da vorne ich sag es mal schon hinderbar ist gut ja deswegen ich musste kurz warten bis mein Zauber aufgemacht ist so wieder da so weiter geht's jetzt müsste doch jeder irgendwo noch ein Ausbilder sein oder gibt's die hier nicht so Ausbilder gut geil jetzt scheiße auf die anderen ja ich habe keinen Plan irgendwie habe ich da da ich war verkauft ja Wolle muss er lang hast du die Wach gerade gemacht nö der ist weggeflogen so ja wie sie laufen hier so starke Typen rum eben habe ich schon der Elfer gesehen oh hkk so ähm müssen wir den 10 da hinten endlich woanders hin so jetzt mal bisschen rum springen jetzt müssen wir nach rechts und wieder nach rechts und dann sind wir da hier ist rechts ja los hm da ist aber keine Tür hier rechts hier unten irgendwo rechts hä aber das ist meine Hauptquiz wieso denn hier kannst du glaube ich nicht rein ne kann ich auch nicht ne kann ich auch nicht